Gottes Wege sind immer gut Elfriede war heute wieder spät dran. Am liebsten wäre sie nicht mehr zum Kindergottesdienst gegangen. Es war nicht einfach für das elfjährige Mädchen. Ihre Mutter war krank und sie musste neben den Hausaufgaben den kleinen Haushalt führen und die Mutter pflegen. Heute war es wieder spät geworden, aber sie machte sich trotzdem auf den Weg. Es regnete und so nahm sie ihren Regenschirm mit. Als sie ankamen, standen die Mädchen aus ihrer Gruppe noch draußen und tuschelten miteinander. Eben wollte Elfriede sich dazu stellen, da sah sie ein fremdes Mädchen unter einem Baum stehen. Es schien in ihrem Alter zu sein. Sie trug einen Mantel mit Kapuze. Ihre dunklen Augen blickten schüchtern aus dem schmalen, bleichen Gesicht. Elfriede trat zu dem fremden Mädchen und sprach es an. Du bist wohl neu hier? Wie heißt du? Ich heiße Gudrun Schierenbeck. antwortete die Neue und lächelte zaghaft. Ja, wir sind erst vor kurzem hierher umgezogen. Es ist schwer, wenn man so fremd ist und niemanden kennt. Du kannst dich zu mir halten, bot Elfriede freundschaftlich an. Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Übrigens, ich heiße Elfriede Becker und wohne in der Friedrichstraße. Und wo wohnst du? Ich wohne in der Bergstraße, antwortete Gudrun. Schön, das ist nicht weit von uns entfernt. Wenn du nachher noch etwas Zeit hast, kannst du mit mir kommen, damit ich dir zeigen kann, wo wir wohnen und du mich besuchen kannst. Damit war die Freundschaft geschlossen. Nach dem Kindergottesdienst ging Gudrun mit Elfriede, um zu sehen, wo sie wohnte. Elfriede erzählte ihr, dass sie allein mit der kranken Mutter zusammen wohne und der Vater schon lange tot sei. Vor der Haustür verabschiedete sich Gudrun. Ehe sie sich trennten, fragte Elfriede noch, in welche Schule gehst du denn? Ich gehe in die Mädchenoberschule in der Fürstenstraße, antwortete Gudrun. Das trifft sich gut. Ich gehe auch in diese Schule. Lass uns zusammen gehen. Gern, freute sich Gudrun. So schnell sie konnte, eilte Elfriede die Treppe hoch, um der Mutter von ihrer neuen Bekanntschaft zu erzählen. Gudrun will uns bald besuchen. Du wirst sehen, Mutti. Sie ist ganz nett, berichtete sie. Die Mutter freute sich mit ihrer Tochter und war gespannt, ihre neue Freundin kennenzulernen. Dann aßen sie ihr bescheidenes Abendbrot, Elfriede spülte das Geschirr und räumte die Küche auf. Anschließend setzte sich Elfriede an Mutters Bett und las ihr aus der Bibel vor. Heute war die Heilung des Kranken im Matthäusevangelium dran. Als sie fertig war, legte Elfriede die Bibel zur Seite und seufzte. Was ist los, mein Mädchen? fragte die Mutter. Ach, klagte Elfriede. Damals, als der Herr Jesus auf der Erde war, heilt er so viele Kranke. Warum macht er das heute nicht? Warum macht er dich nicht gesund, wo wir doch schon so lange darum beten? Mein Kind, erwiderte die Mutter. Du weißt doch, wenn wir etwas von Gott erbitten, antwortet er immer. Wir müssen nur verstehen und glauben, dass er das Beste für uns ersehen hat. Seine Antwort ist verschieden. Manchmal sagt er, ja, und wir freuen uns. Manchmal sagt Gott, nein, weil es nicht gut für uns wäre. Und manchmal sagt er, warte. Dann müssen wir geduldig sein. Deshalb beten wir auch, dein Wille geschehe. Er weiß, warum er mir dieses Leiden schickt. Aber ich verstehe dich. Wie gern würde ich wieder den Haushalt versorgen können. Vielleicht müssen wir ja nicht mehr lange warten. Wir wollen weiter beten und glauben, dass er zur rechten Zeit das Rechte tut. So tröstete die Mutter ihr Mädchen. Elfriede nickte nachdenklich. Am nächsten Tag gingen Elfriede und Gudrun zusammen zur Schule. Fröhlich plauderten sie von diesem und jenem. Sie durften nebeneinander in einer Bank sitzen und Gudrun war Elfriede für ihre Freundschaft dankbar. Auch ihre Eltern freuten sich, dass sie so schnell eine Freundin gefunden hatte. Sie wussten, dass Gudrun etwas schüchtern war und hatten sich deswegen Sorgen gemacht. Nachmittags saß Elfriede bei ihrer Mutter und erzählte ihr. Plötzlich rief sie, es hat geklingelt. Wer kann das denn sein? Damit sprang sie auf und öffnete die Tür. Ach, du bist es, Gudrun, rief sie überrascht. Darf ich eintreten? fragte Gudrun bescheiden. Oder störe ich deine kranke Mutter? Nein, du störst nicht. Komm nur herein. Meine Mutter wird sich freuen, dich kennenzulernen. Mit diesen Worten führte Elfriede Gudrun zu ihrer Mutter und stellte ihre Freundin vor. Schau, Mama, das ist meine neue Freundin, von der ich dir erzählt habe. Gudrun trat ans Bett. Sie hatte ein Sträußchen Stiefmütterchen mitgebracht, welches sie der Kranken nun freundlich überreichte. Elfriede stellte die Blumen in einer Vase auf Mutters Nachttisch neben ihrem Bett. Nachdem sich Frau Becker etwas mit Gudrun unterhalten hatte, schlug sie den Mädchen vor, einen Spaziergang zu machen. Der Regen hatte aufgehört und die Sonne lachte vom blauen Himmel. Die Mädchen machten sich auf den Weg und Elfriede machte die Freundin etwas mit ihrer Heimat bekannt. Es wurde ein wunderbarer Nachmittag. Am folgenden Tag gab es wieder eine Überraschung. Gudrun kam wieder, aber diesmal nicht allein. Sie brachte ihre Mutter mit. Sie werden sich vielleicht wundern, aber ich wollte doch Gudruns neue Freundin kennenlernen. Umso mehr, als Gudrun mir erzählte, dass Sie krank sind, Frau Becker. Ich wollte nach Ihnen sehen, denn ich bin Ärztin. Wenn ich darf, würde ich Sie gern untersuchen. Ich hoffe, mir in dieser Stadt wieder eine Praxis aufbauen zu können. Frau Becker nahm das Angebot dankbar an. Nach einer gründlichen Untersuchung meinte Frau Schierenbeck, Sie müssen unbedingt zur Kur. Zur Kur? Das geht nicht. Wo sollten wir das Geld dafür hernehmen? Und was soll mit meinem Kind werden? Nein, das geht einfach nicht, antwortete Frau Becker. Aber die Ärztin meinte, wenn es aber ihrer Gesundheit zuliebe sein muss, und so unmöglich ist das gar nicht, die Krankenkasse übernimmt den größten Teil der Kosten und das Übrige schaffen wir auch noch herbei. Elfriede kann während dieser Zeit bei uns sein, da machen Sie sich keine Sorgen. Die Mädchen werden sich bestimmt freuen, zusammen zu sein. Das ist zu viel des Guten. Das kann ich gar nicht annehmen, wollte Frau Becker abwehren. Doch dann sagte sie, aber wenn es Gottes Wege sind, will ich mich fügen. Vielleicht möchte er mir ja noch einmal die Gesundheit schenken. Am Abend, als Mutter und Tochter noch zusammen lasen und beteten, sprachen sie über Gottes Wege und Führungen. So jung Elfriede auch noch war, so erkannte sie doch schon, dass Gott in seiner gnädigen Führung alles zum Guten hinausführt. Du hattest recht, Mama, Gottes Wege sind immer gut, gab sie zu. Voller Freude dankten sie ihrem Heiland für seine Gnade und ihre Herzen füllten sich mit neuer Hoffnung. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Frau Schierenbeck riet, Frau Becker ihren Arzt ebenfalls zurate zu ziehen. Dieser war der gleichen Meinung, sie zur Kur zu schicken. Wir wollen sehen, was sich machen lässt. Ich schreibe an die Krankenkasse, dann werden sie weiter von mir hören. Nun mussten Mutter und Tochter viel Geduld aufbringen, um abzuwarten, was die Krankenkasse antworten würde. Elfriede betete, dass es der Heiland so lenken möge, dass ihre Mutter wieder gesund werde. Nach bangen Wochen des Wartens kam endlich der ersehnte Brief. Was wohl darin stände? Frau Becker öffnete und las. Tatsächlich, die Krankenkasse hatte ihr den Aufenthalt in einer berühmten Kuranstalt zugesagt. Den größten Anteil der Kosten würde die Kasse übernehmen. Frau Becker wurde es nun doch etwas bang. Wo sollte sie das fehlende Geld hernehmen? Und der Abschied von ihrem Kind, das schien ihr das schwerste. Frau Schierenbeck freute sich ebenfalls über den Bescheid der Krankenkasse und konnte die Sorgen der Mutter zerstreuen. Sie hatte sich beim Sozialamt für Frau Becker eingesetzt und den noch fehlenden Betrag erwirkt. Nun ging alles sehr schnell, sodass Frau Becker keine Zeit hatte, um länger darüber nachzudenken. Elfriede zog zu Schierenbecks und die Mutter wurde zum Bahnhof gebracht und in den nächsten Zug gesetzt. Jemand von der Kuranstalt sollte sie am Zielort abholen. An diesem Abend war Elfriede still und in sich gekehrt. Sie hatte Heimweh nach ihrer Mutter. Noch nie war sie so lange von ihr getrennt gewesen. Aber Gudrun und ihre Eltern verstanden es so gut, sie zu trösten, dass sie wieder fröhlich sein konnte. Nach fünf Tagen kam auch schon eine Nachricht von der Mutter. Sie sei glücklich angekommen und man habe sie freundlich empfangen. Es sei sehr schön dort, mitten im Fichtenwald, und sie würde bestimmt gesund werden. Sie wollten nur alle den Heiland bitten, dass er die Anwendungen segne, denn an seinem Segen sei alles gelegen. Die sechs Wochen vergingen wie im Flug. Frau Becker schrieb in ihren Briefen, dass es ihr von Tag zu Tag besser gehe. Elfriede dankte dem Heiland von ganzem Herzen dafür. Endlich war der lang ersehende Tag gekommen, an dem die Mutter heimkommen sollte. Sie hatte geschrieben, mit welchem Zug und wann sie ankommen würde. Schierenbecks gingen mit Elfriede zum Bahnhof, um sie abzuholen. Da! Der Zug brauste in die Halle und bremste ab. Elfriede sah ihre Mutter winken, und dann lag sie auch schon in ihren Armen. War das eine Freude! Auch Schierenbecks begrüßten sie freudig. Sie hatte endlich zugenommen. Ihre Wangen waren frisch und rot, und ihre Augen strahlten vor Freude, dass der Herr so wunderbar geholfen hatte. Wie so anders war nun ihr Leben. Täglich dankten Elfriede und ihre Mutter für die guten Wege Gottes. Gottes Wege sind vollkommen. Er ist ein Schild für alle, die ihm vertrauen. Psalm 18, Vers 31 Psalm 18, Vers 13, 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 Vers 13 Vielen Dank.